moin moin und willkommen zu einer neuen ausgabe von den testpiloten mein name ist wie immer enrico und unser ziel heute ist die app ballpay mit umfragen geld verdienen und das seht ihr jetzt dann schauen wir uns das mal an datenschutz alle umfragen der app stamm von dritten alle deine rechte auf der grundlage der gdpr findest du in unseren datenschutz richtlinien nutzungsbedingungen datenschutzerklärung unten und man muss über 16 jahre alt sein um diesen dienst nutzen zu können ab geht's ballpay login mit google facebook oder twitter so ich habe momentan 32 cent wir haben hier verschiedene umfragen mit vollem geld verdienen neues update die info was ist neu verfügbare umfragen eine kann man noch freunde einladen bewerten und auf instagram folgen dann starten wir mal die erste umfrage dafür gibt es 23 cent fünf minuten sollte dauern und dann starten wir mal gut Das war die Umfrage. Wenn man nach rechts wischt, hat man sein Account, Daten, Account, Datenlöschen, Ausloggen, Datenschutz, Nutzungsbedingungen, Hilfestellung. Hier kann man sich für die nächsten Umfragen qualifizieren. So, nächster 27 Cent. Okay, also wie ihr seht, hier unten links sind die Auszahlungen. Amazon Geschenkkarte, hier sieht man nochmal, also 5 Euro, ich benötige noch 4,68 Euro. Polpay ist das ein bisschen mehr. Google Play hat man noch, App Store, Starbucks, Zalando, Saturn, Spotify. Ja. So, und des Weiteren gibt es natürlich noch bei den verfügbaren Umfragen. Peanut Labs. Wenn man dann auf Starten geht, hat man hier auch nochmal Umfragen. Hier ist eine 10 Minuten Umfrage für 30 Cent. Bei den Umfragen ist es natürlich so, egal ob jetzt bei Peanut Labs oder bei Polpay, dass man die Fragen beantwortet, aber das heißt nicht, dass man die Umfrage auch beenden kann. Denn wenn man jetzt zum Beispiel bei Frage 10 ist von 20, sagen wir mal, und du passt nicht ins Spektrum von der Umfrage her, dann kann es durchaus passieren und das nicht selten, dass die Umfrage abgebrochen wurde und die Zeit, die du halt genutzt hast, die ist dann verschwendet. Ansonsten hat man hier bei Peanut Labs noch verschiedene Sachen mit Casino, mit einer Mastercard, Lotto, O2, bis zu zwei Freikarten, Amazon Prime Video, 30 Tage gratis nutzen und kostenlose Probe von Hunde- oder Katzenfutter. Hier nochmal Freunde einladen, auf Einladen drücken und dann sieht man hier Freunde einladen, Vorteil Dauer 15% der Einnahmen deiner Freunde, wenn deine Freunde die Umfragen zu 100% abschließen. Das heißt, wenn sie nicht vorher rausgeschmissen bzw. wenn die Umfrage nicht vorher automatisch beendet wird. Vorteil der Freunde ist ein einmaliger Startbonus von 23 Cent und hier hat man den Einladungscode. So, wie das alles funktioniert, das habt ihr jetzt gesehen, Paul Pay arbeitet noch mit anderen zusammen, das habt ihr auch gesehen. hauptsächlich geht es um Umfragen und als zweitesten um so Sachen wie Casino, Lotto etc., wo man sich noch ein bisschen was dazu verdienen kann, wobei man natürlich unter anderem auch Geld einsetzen muss. Gibt es mindestens einen Satz. Meine Meinung dazu ist, kann man gerne ausprobieren, richtig Geld verdienen ist damit nicht. Und wenn ihr so jemand seid wie ich, der nicht großartig in der Zielgruppe mit reinfällt, dann sieht das ziemlich schlecht aus mit den Umfragen. Also, man kann sagen, ich hatte von 10 Umfragen ca. 7, konnte ich nicht machen, die wurden vorzeitig abgebrochen. Daher kann ich nur sagen, probiere jetzt aus, von mir gibt es daher nur 3 von 5. 5. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ja dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal vor allem und bis zum nächsten Mal, ciao!